Und der wird komplett verändert, also das wird es nicht mehr geben, der Raum unter der Brücke wird zugemacht, der von dem Convenience-Tol und der Platz wird aufgefüllt und wird ganz ebenerdig, dann gibt es eine Art wie eine Stützmauer zu dieser Strasse, das sieht man da auf dem Platz. Da ist dann quasi die Stützmauer, wo dann ein Veloweg drin ist und das wird jetzt eigentlich wie aufgefüllt und da sieht man, das ist der Raum, der hier drunter der Kiosk, da ist, wird ganz ausgebaut.